Jolina Drews gibt Einblicke in die Gesundheit ihres Vaters Jürgen. Bei einem Spendenmarathon spricht sie mit RTL über sein aktuelles Befinden. Trotz Polyneuropathie lässt sich der Schlagerstar nicht unterkriegen. Die Krankheit macht sich jedoch bemerkbar. Das macht ihm schon ab und zu mal zu schaffen, erzählt Jolina. Im Alltag fällt es besonders auf. Nach einer halben Stunde läuft er ein klein bisschen nach vorne gebeugt. Nach seinem Karriereende 2023 überraschte Jürgen die Fans mit einem Auftritt an ihrer Seite. Für Jolina ging damit ein großer Traum in Erfüllung. Der Auftritt war nur möglich, weil die Erkrankung langsam voranschreitet. Polyneuropathie befällt das Nervensystem und schreitet langsam schleichend voran, erklärt die Sängerin. Damit ihr Vater möglichst uneingeschränkt leben kann, sind Gleichgewichtsübungen wichtig. Jürgen achtet auf seine Gesundheit und konzentriert sich nun auf die Familie. Im Juli zogen er und seine Frau Ramona in ein Haus nahe München. Nun wohnen auch Jolina und ihr Freund wieder bei den Eltern. Wir sind uns alle so nah und lieben es, Zeit miteinander zu verbringen, betont sie gegenüber RTL. Der Schlagerstar genießt die Zeit mit seinen Liebsten in vollen Zügen. Auftritte wie der gemeinsame mit Jolina bleiben wohl seltene Ausnahmen. Die Gesundheit steht für Jürgen nun an erster Stelle. Fans können sich freuen, dass es dem König von Mallorca den Umständen entsprechend gut geht. Die Familie Drews zeigt, wie wichtig Zusammenhalt und Unterstützung sind.